Patrick Wolfe ist neben seiner Begeisterung für Musik auch ein großer Film-Fan. Wie sonst lässt sich das Video zu This City erklären? Ich habe vor kurzem gesehen, »Let's Get Lost« von Bruce Weaver. Es ist ein Film über Chad Baker, und es ist eine Szene, wo er auf der Bühne in Santa Monica singt, mit der Kamera und mit seinen Freunden mit ihm. Es meint mich sehr viel von The City Video. War es ein Hommage zu This Movie oder auch zu Chad Baker? Ja, es war eine große Hommage zu Chet Baker. Wir haben sogar viele Fotografien und versucht, die exakten Outfits, die Chet haben. Viele waren in Black & White, also mussten wir die Farben. Aber alle Outfits, die man sieht, sind von Chet Baker Still. Dann, wir kamen zurück zum American Dream aspekt und fand ein James Dean look. Wir kompomnieren den anderen Outfit von Rebel Without a Cause, die gleicheine Farbscheme, gleiche Art und richtig aus alles. But mit meinem Übel Face an dem Topf von James Dean. Aber die Eröffnungsszene von Let's Get Lost war definitiv die größte Inspiration für dieses Video. Aber bevor wir uns von Herrn Wolff verabschieden, möchten wir noch abschließend erfahren, wie er seine Entwicklung über die letzten fünf Alben beschreiben würde. Wie beschreibst du deine Eröffnung als Artistin, von dem du begonnen hast und wo du dich jetzt sehen kannst? Ich denke, dass das Album 5 zu erreichen ist, ein Moment, wo... Ich weiß nicht, dass 5 eine Art magische Nummer ist, aber ich fühle mich, dass ich ein Cycle von Arbeit complete habe, von Lykanthropy bis zu Lupecalia. Und ich denke, dass es mich mit dem Gefühl hat, und ich denke, dass das nächste Mal kommt, wird eine totaler Reinvention von mir sein. Ich bin wirklich bereit, um... Ich bin bereit, um meine Namen zu verändern. Ich bin bereit, um alles zu verändern, um mich zu verändern. Weil ich fühle mich, um... Ich habe wirklich fünf Alben gemacht, ein solides Werkzeug, ein Narrative von Beginn bis Ende. Und ich bin bereit für das nächste Mal. Und ich fühle mich, dass ich nicht etwas, was ich vorher gemacht habe. Ich bin bereit, dass ich auf dem Freude in der Welt gehe, ich gehe niemals zurück. Und das ist das mit meinen Alben. Ich bin bereit, wenn ich eine gute Erfahrung und eine gute Musikerung habe, dann ist es Zeit für das nächste Mal. Wir wünschen Patrick Wolfe noch viele Abenteuer in seinem Leben. Auf seinem derzeitigen lässt er uns auf Lupe Kelly ab Juni teilhaben.